Die ganze Welt ist nur ein Arsch und wir sind seine Fürze. Ein jeder stinkt auf seine Art, das gibt dem Leben Würze. Und da das nun einmal so ist, pass auf, dass dir keiner in die Suppe pisst und fall nicht in die Pfütze. Mut ist die größte Stütze und fall nicht in die Pfütze. Mut ist die größte Stütze. Denkt einer, er ist besser als du, dann lass dich nicht beirren und sieh ihm ganz gelassen zu. Der Mensch, der kann sich irren. Und sagt er dann, du komm mal her, dann frage dich, was will denn der? Soll er doch kommen, zeigt ihm Kraft und lass ihn schworen im eigenen Saft. Ist er dann arrogant und borscht? Keine Sorge, der fällt schon von ganz alleine auf. Die ganze Welt ist nur ein Arsch und wir sind seine Fürze. Ein jeder stinkt auf seine Art, das gibt dem Leben Würze. Und da das nun einmal so ist, pass auf, dass dir keiner in die Suppe pisst und fall nicht in die Pfütze. Mut ist die größte Stütze. Man kann ganz gut zufrieden sein, auch ohne Ideale. Stellt man sich nur aufs Leben ein, von einem zum andermal. Dann läuft das Gute dir über den Weg, das Ideal stellt sich oft schräg. Die ganze Welt ist nur ein Arsch und wir sind seine Fürze. Und da das nun einmal so ist, pass auf, dass dir keiner in die Suppe pitst und fall nicht in die Pfütze. Mut ist die größte Stütze. Das bleibt heute. Hermann. Das bleibt heute. Auch in die Pfütze. Gute um ein besonderes Überzeichen nach Hause, İyi mates geehrter Dir. Und das führt zu einem einzelnen Debaten.